We have green-tastische News. Wirtschaftsingenieurwesen goes Wirtschafts-Green-Ingenieurwesen. Mit nachhaltigen Inhalten, international und interessant. Projekte wie Smart Home, Tiny Houses, intelligente Produktionsmaschinen, nachhaltige Strategien, Formula, Student Electric und vieles mehr, was die Zukunft bewegt, machen wir heute schon. Wirtschaftsingenieurwesen mit neuen Inhalten für meine Zukunft und für deine. Wir sind die Zukunft und du auch. Komm mit! Wirtschaftsingenieurwesen